Hallo, ich bin Astrid und bin im vierten Lehrjahr. Momentan bin ich im Bereich Tiefbau tätig. Im Tiefbau macht man Verschiedenes. Zum Beispiel zeichnet man, wenn es eine neue Strasse gibt, eine Situation, Längenprofil und Querprofil der Strasse. Wir planen aber auch Kanalisationen oder ganze Bachverbauungen. Ab und zu gibt es auch besondere Projekte bei uns. Von unserer Vermessung kommen wir eine Bestandesaufnahme über, die festgehalten ist, wie das Terrain draussen aussieht. Manchmal dürfen wir mehr mitgehen. In dieser Grundlage kommen wir dann drei Planen. Der Projektleiter gibt uns genau an, wo durch das Projekt geht, welche Höhe relevant sind und wie weitere Details wie Strassenrennen, Schächte oder der genaue Aufbau der Strasse aussehen. Wir fangen einmal an mit der Bestandesaufnahme. Wie sieht es draussen aus? Dann machen wir ein Vorprojekt und verschiedene Varianten als grobe Entwurf. Und dann ein Bauprojekt, das neu ausgeschafft wird. Im Tiefbau gibt es dann auch noch ein Ausführungsprojekt. Die Pläne schaffen es dann auch noch bis auf die Baustelle. Und also werden sie dann auch wirklich ausgeführt. Wir fangen an bei uns nochmals gleich mit dem Sp ahh- personal Zoo. agonια.